Da kommen sie. Feuer frei. Rechtzeitig noch, oh Gott sei Dank. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zayabillions Folge 3. In der letzten Folge haben wir ja wieder mal geschafft, sogar heute abzuwehren. Und heute ist die Aufgabe hier hoch, alles säubern und die Verteilungspunkte ausbauen mit Ballisten. Und vielleicht auch, naja, das sieht doch hier alles so ein bisschen aus. Aber egal, Hauptsache erst mal irgendwas. Und hier würde ich auch ganz gerne noch Tore reinbauen. Aber jetzt ist erstmal die Aufgabe hier hoch und säubern. Und da haben wir einiges zu säubern. Da sollten vielleicht noch ein paar Soldaten, oh, da kommt viele von diesen Runnern. Gehen wir denn hin hier? Ja, schade ist er, ne? Obwohl, da kommt immer mehr. Oh. Okay, Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Dahin. Okay, wir brauchen halt, was wurde erforscht? Steimetz wurde erforscht. Können wir jetzt hier irgendwas aufrüsten? Nö. Große Balliste, siehst du, genau. Das wollte ich haben unbedingt. Geht nicht. Warum geht das nicht? Reparieren. Das geht nicht. Hier setzen wir auch noch eine hin. Bauen uns dann hier ein Tor rein. Äh, geht Holz. Mist. So, sieht's aus. Arbeiter brauchen wir mehrere. Und Nahrung. Und Nahrung mangelt es uns auch noch ein bisschen. Okay. Ähm. Nee, was falsche. Da. Eine Farm. 22. Nein, wir wissen, es geht mehr. 46. Ja. Ach so, können wir ja nichts weiter bauen. Okay. Soldaten. Ach ja, Mensch. Wir wollten ja, ähm, so einen Marktplatz bauen, ne? Eine Farm. Sägemühle, Fischerhütte. Marktplatz. Arbeiter, Holz, Gold. Steinmetz. Ach, die müssen wir erst noch... 1000 Gold! Leute. Also warten wir jetzt erstmal und sparen auf den Marktplatz, um Gold zu regenerieren. Balliste, Feuer frei, bitte. Das sieht auch nur aus, da. Ich hoffe, dass die nicht den Wald so abholzen, dass hier irgendwann eine Lücke entsteht. Ist das so? Nee, ne? Alter, wie kommen denn da? Oh, oh. Westen. Also hier, oder was? Na, ist doch. Nord, Ost, Süd, West. Also müsste das da... Müsste das hier gemeint sein? Ich weiß es nicht. Okay. Reparieren. Nee, Quatsch. Blödsinn. Mist. Ähm. Ich muss so ein Ding hier einbauen. Ja, ich hoffe, dass das hier echt Westen ist. Weil nicht, dass ich mich jetzt darauf konzentriere. Naja, kommen sie doch von woanders. Wir ziehen mal die Soldaten hier zusammen. Da. Das ist, ist zwar Westen, aber da sieht man aus, wenn sie so lang laufen, dass sie herkommen. Oh nein. Und ausreden, da habe ich nicht wirklich, äh, mitgemacht. Können wir noch eine Balliste bauen? Ja, können wir. Okay, ähm. Klatschen wir sie da hin. Ja. Wir wollten zwar für den Marktplatz sparen, aber geht jetzt mal nicht. Ja, die kommen von hier unten. Hundertprozentig. Okay, alles was wir haben, an Soldaten. Drei. Der bringt uns halt schon mal gar nichts mehr. Oh Mann. Geht ja schon gut los, die Folge. Mach schneller. Bau schneller. Da kommen sie. Feuer frei. Rechtzeitig noch. Oh Gott sei Dank. Oh Mann, das sind aber viele. Alter Verwalter. Oh, oh. Oh doch, das sollten wir noch abwenden können. Uh. Okay, hat geklappt. Oh, Gott sei Dank. Die vereinzelten Kleinen, die rumpümmeln, das ist egal. Sind zwar auch viele, aber das ist kein Problem. Okay, nächste Horde. Abgewährt. Sehr schön. Kommt man hier raus hier? Nee, kommen wir nicht. Fängt das hier. Komparieren wir erstmal wieder was. Bauen hier nochmal. Bauen wir das. Ja, warte mal, dann reißen wir das hier ab. Bauen da noch ein weiteres Tor hin. Oh, gibt es hier richtig, äh, ach nee, okay, ich dachte, es wäre jetzt auch so Daten gewesen. Entschuldigt bitte. So, machen wir mal hin, dass wir da raus können. Nee, können wir aber nicht, warum? Wegen dem hier, oder wat? Das kann man raus. Wird ja glatt sagen. Wissen wir das ab hier. Bauen da noch so ein... Das geht gar nicht. Hm. Boom. Dann fangen wir doch mal an, das hier unten auszudünnen. Ja, das klappt. Die machen hier gut sauber. Dann können wir nämlich das hier abreißen. Na, 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 na. Vorsicht, Vorsicht. Gut. Setzen hier noch so ein... Geht nicht, shit. Gut, was machen wir denn so? Jetzt locken wir Saladen hier. Krass. Okay, lass die da unten machen. Also, ähm... Wollen wir mal dazu? Reißen wir das hier ab. Das hier und das. Läuft's hier unten? Er speichert schon wieder. Warum speichert er jetzt schon wieder? Ich will jetzt nicht, dass die nächste Rolle kommt. So. Oh Mann, müssen wir echt alles einzeln abreißen? Ist das scheiße. Reicht das schon? Um... Um... Oh, ist das hier eingebaut, ey. Ich komm's gleich. Ich hörte mal ein Loch. Hab ich gar nicht bemerkt. Sehr schön. Ganz toll. Wow. Glaubt man ja wohl nicht. Alter, wie viel hat's denn die Leute weg? Das läuft aber, ne? Ja, alles in der Kontrolle. Sehr schön. So, hier ist zu. Das machen wir hier zu. Hier bauen wir ein Tor rein. So. Woran hapert's? Holz wieder, ne? Ja, ein Holz. So, machen wir schneller hier. Ey, die machen alles platt hier. So, stellen wir hier noch einen hin. Ähm... Ähm... Und da... So rum? Holz Tor, oder? So rum? Ne, ich glaub so rum. Oder? Ne, so rum. So rum. Und so rum. Stopp. Nein, nein, nein. Warte mal. Ne, nicht alles abweisen. Das ist ein Quatsch. Just tell me what to do. Ready and waiting. They are attacking the colony defenses. Mach die mal da fertig. Die nerven mich beim Bauen. Immer mehr. Die würden ganz gerne. Halt, stopp. Was ist da los? Ich hab hier keine Soldaten. Das ist jetzt echt blöd. Ne, stellen sie da rein. Ach, er ist nicht aufgepasst. Dürfte ich jetzt endlich mal eine Ruhe bauen? Danke. Ach, ich baue jetzt zu. Was finde ich denn da unten drauf? Das ist jetzt, ich baue jetzt. Okay. Okay. Läuft. Oh. Verrieren. Das hier gefällt mir noch nicht so die Arbeiter. Und dann endlich den Marktplatz bauen. So. Das sieht hier auch gut aus. Das läuft. Die laufen da draußen rum. Alles easy. Ah. Nein. Missed. Commander? Any orders? Waiting on orders. Ah. So. Ähm. Reißen wir mal ab. Ich würd ganz gern das Teil da haben, aber... Pause drücken hier. So. Da nimmt ich hier noch ein. Hm. Ja. Marktplatz gehört in die Mitte des Dorfes. Punkt außer Ende. So, das läuft auch. Holz. Immer mangelt es an Holz. Zum Glück haben wir so Glück gehabt mit diesen Wäldern um uns herum. Kommt. 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 Wollen Sie mal da hin. So, hier ist die große Wallis da auch fertig. Dann können wir... Wieso können wir hier nicht verstärken? Verstehe ich nicht. Egal. Machen wir es so. Hehehe. Schauen wir da noch einen Turm hin. Ja. Ja. Schauen wir da noch einen Turm hin. Tag 41 schon. Kann man da noch ähm... Wachtum. Neues Gebäude Wachtum hat einen Ausblick auf was Gegner und andere Gegebungen. Okay. Scharf schützen. Hm. Wir machen die Falle. Reporting for duty. Tell me. Da hin. Tilatschen hier einfach wie sie Lust in Laune haben. Ich sag dazu jetzt nix. Rein da mit euch. Okay. Okay. Ähm. Es mangelt immer noch an Arbeiter. Okay. Also von unten wieder. Das soll uns nicht stören. Da haben wir ja gerade erst wieder aufgerüstet. Okay. Die komischen Pfähle sind fertig. Da. Holz. Ich hoffe, dass es sich auch gelohnt hat, jetzt hier alles hinzusetzen. Dass sie auch wirklich von hier unten kommen und nicht von... Ja, okay. Sie kommen von da unten. Okay. Stellen wir die da unten hin noch. Ähm. Da geht nix weiter. Kann ich noch ne Reihe machen? Ja, wa. Da geht nix weiter. Kann ich noch ne Reihe machen? Ja, wa. Ich bin mal gespannt. Kommt mal her hier alle. Na. Na. Ich würde gerne auch hier an der Seite. Das heißt, hier bräuchte ich nochmal so ein Ding hier, aber war doch da. Strom brauchen wir sowieso bald wieder. Zack. Und da kommen sie. Jetzt schießt die Balliste mit, Gott sei Dank. Ja, toll. Trinkt uns jetzt aber nichts. Gleich ist es weggerissen. Oh, shit. Ja. Was ist passiert? Das ist weg. Aber auch diese Horde scheint für uns kein Problem zu sein. Wir gehen mal da hoch zu denen. Alles gut, alles in Kontrolle. Auch die haben wir abgewehrt. Das schnuckelt hier auch alles, aber das gefällt mir hier nicht, dass das so... Wie weit kann man denn bauen? Gut, reparieren wir hier erstmal schnell. Hm. Weck da. Lastert. Da werden wir nachher auf jeden Fall noch was hinsetzen müssen. Parieren. Na los. Jetzt. So, dann bauen wir da auch wieder Pfähle hin. Ja, läuft, ne? Wunderbar. Okay. Wir sollten mal gucken, dass wir vielleicht noch... Hier ein bisschen... Ankugeln. Steine. Steine. Drei Steine. Drei Steine. Das ist... Das ist blöd. Das haben wir jetzt nicht wirklich super ausgenutzt hier. Drei. 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 Aber was da hin? Mist. 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 Steinmetz, das wollten wir ja auch noch, um das alles auf Stein aufzuwerten. Okay, da fehlt uns noch ein bisschen Holz, das soll ja gleich drin sein. Ist ja gut, wir wissen es doch. Also das hier unten ist alles safe, finde ich das gut. Hier habe ich glaube ein bisschen Bauchschmerzen bei, jetzt brauchen wir erstmal hier 38, 40, noch eine Farm hin. Hm, das war es dann aber auch wieder mit Platz für die Farm. Halt, da ist noch was. Ah, das ist nicht gerade der Beste, aber okay, passt schon. Farm, Steinbruch, nee, das wollen wir alles nicht. Ah, das kann ich, muss man jetzt nicht mehr von Listen beherbergen. Achso, haben wir ja. Steinmetz, Holz, Arbeiter. Genau, geht. Gut. Oben ist okay. Okay. Ja. Gut. Dann werden wir als nächstes dann, ähm, weiter uns, ähm, Verteidigung ausbauen. Ah, Hütte noch aufrüsten und die Armee verstärken auf jeden Fall. Ballisten noch hinsetzen überall, ne. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir halt in der nächsten Folge, ne. Und wieder mal frage, sag ich, äh, es lief gut, finde, also für mich finde ich es gut. Wir konnten alles bisher, was auf uns zu gekommen ist, abwehren. Und ich bin gespannt, Tag 47, ja, wir haben noch 53 Tage, die Hälfte ist geschafft, Leute. Und ich bin gespannt, ob wir dann weiterhin durchhalten werden, ne. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Okay.